Hi guys, I'm welcome to a new video. My name is SJ Hart, thank you for watching. So ihr Lieben, heute habe ich Post bekommen und darum handelt das Video. Erstmal, gestern kam kein Video, weil ich sehr viel zu tun hatte wegen Assignments und so und dann hatte ich einfach keine Zeit, um ein Video zu drehen und das zu schneiden und bla bla. Deswegen kam gestern halt keins, aber heute kommt dafür ein richtig cooles und was anderes, denn ich habe etwas bekommen. Ach, da bin ich wieder. Weil es in England halt nicht so, also es gibt Essen, aber ich mag das Essen. Also ich meine, manches Essen mag ich, ich meine es nicht. Okay, und ich verhungere halt manchmal und deswegen kam heute ein Paket. Ihr habt es schon geöffnet. Aber, wir werden, guck mal, so, hier, äh, so, ihr könnt mal das gestern... Stopp mal, stopp mal, stopp mal, ganz ruhig. Yeah! Wuhu! Ja, das ist mein Paket. Wir werden das öffnen und zusammen essen. Besser gesagt, ich werde es essen und ihr werdet aber zuschauen. Es tut mir leid. Ich bin halt ein fieser Mensch. Also, wir haben... Knoppers. Wir haben... Alter, wie viele sind denn das? Wir haben, ähm, 1, 2... Warte, ich muss jetzt schon sehen, was das ist, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sechs? Äh? Wir haben sechs Stück von diesen, äh, Milka-Kugeln. Dann haben wir, ähm, uh, dann haben wir vier Stück. Die liebe ich, ne? Ich weiß nicht, ich liebe die. Äh, kennt ihr diese Milka-Ostereier-Dinger? Die gibt's so mit, äh, Nougat- oder Nussfüllung oder sowas und dann mit so... weißen Dings. So weißer Klima. Oh, die sind so lecker, ne? Und dafür haben wir jetzt Snowballs. So Schneebälle. Und wie viele haben wir noch? Wir haben vier Stück noch. Ich hab voll viel zu essen jetzt. Ich bin jetzt grad voll glücklich. Warte, warte, ich muss... Kann ich von jetzt... Leute, 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 das war mein Handy, scheiße. Egal. Ich und mein Essen. Für immer zusammen. Okay, wir essen das jetzt zusammen. Also nicht alles, nur so ein bisschen, weil sonst, ähm, ist das nicht so gut. Womit, wo sollen wir anfangen? Wir fangen an mit, 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 ähm... einem Knopper. Wir haben zehn Stück. Echt? Zehn, drei, sechs... Ja, zehn. Sieht voll lang aus, ne? Mehr als zehn sieht das aus, finde ich jetzt. Wir haben hier Essen jetzt an. Es ist jetzt kein Produktplacement für irgendwas, aber ich wollte... Ich fand das einfach eine coole Idee. Und ich mach vielleicht auch mal so eine British Candy Challenge. Mit... leckerem... britischen Essen und... nicht so leckerem. Nein! Ich versuch grad wieder voll mit jetzt, aber egal. Also, okay, machen wir das auch. Ha! Okay. Oh. Ja. Falle, die nicht wussten, was ein Knoppers ist, das war ein Knoppers. Und... Knoppers... Japanische Leute lieben Knoppers. Ich mach das ernst, ne? Letztes Jahr hatte ich irgendwie ein paar Japaner in meiner Klasse und dieses Jahr auch. Oder besser gesagt, in der anderen Klasse. Und die mögen alle Knoppers. Ich dachte erst mal so, ja, einige... Aber die mögen alle Knoppers. Also wenn ihr nach Japan gehen solltet, nehm Knoppers mit. Also, ich find das voll cool. Weil, ähm, eine meiner besten Freundin lebt halt in Japan. Und sie ist auch japanisch. Also, Japaner, genau. Und, ähm, ja, immer wenn ich ihr so ein Paket schicke für Weihnachten oder so, ähm, will sie immer noch was haben. Ja, super. Ähm, okay, das nächste. Wir essen jetzt... Okay, wir essen jetzt, ähm, feine Noisette Kugeln. Dann werden wir mal... Schauen. Okay. Okay. Okay, so sieht das Ganze aus. So. Und ich glaub, wenn man da jetzt reinbeißt, ist da... Ich liebe dich. Ich liebe dich, ähm... Ich liebe dich, ähm... Hm. Hm. Hm-hm. 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 Hm. Okay. Ich hab die falsche Seite aufgebissen. Es gibt halt auf der Innenseite mehr Schokolade. Ja. Ja. Und jetzt... Kommen wir zum Highlight. Okay, wer ist jetzt eine Kugel? So eine Schneekugel. Oh, wie cool. Na, das ist so eine Schnee... Ding. So eine Schneeflocke. Seht ihr das? Mit einem Löffel. Okay, wer... Uh. Guck mal, wie geil das aussieht, Leute. Oh, fokussier doch nicht mein Gesicht. Okay, egal. Das ist jetzt halt unsere Schneekugel. Das machen wir jetzt auf. Machen wir das jetzt auf. What? Das ist mega cool! Guck mal, das hat so ein, ähm... Muster. Und dann irgendwelche Löcher. Und dann sowas. Und jetzt müssen wir Innpause machen. Da sind wir wieder. Ich hatte gerade nur einen Anruf. Also zurück zu unserem... Ähm, ja, zu unserem Schneeball oder was auch immer. Ähm. Ja. Während es in Deutschland schön schneit und ihr echte Schneebälle habt und echten Schnee, dann muss ich mich halt mit meinen Schnee... Bällen hier vergnügen. Und mit meiner, ähm, Schneeflocke. Hahaha. Die ganze Zeit, wo ich in England war, also seit zwei Jahren oder so, äh, habe ich noch keinen Schnee gesehen. Noch nicht mal ein Stückchen Schnee. Also noch nicht mal irgendwie eine Schneeflocke. Nichts. Also... Das ist meine Schneeflocke in England. Ähm, ja, während ihr euch jetzt im Schnee vergnügt und viel Spaß habt draußen und was weiß ich Schneemänner baut oder was weiß ich was ihr macht oder vielleicht möglich keinen Schnee, keine Ahnung. Bin ich einfach hier drinnen, weil es draußen mega warm ist. Also es ist jetzt kein T-Shirt-Wetter, aber es ist wirklich warm. Also wenn du da mit einer Winterjacke rumläufst, dann denkst du so, ne. Mh, mh, nein. Aber deswegen... Brauche ich ein bisschen Abkühlung mit meinen Schneewelgen. Deswegen essen wir jetzt einen. Man kriegt zwei Löffel, wie bei den Ostereiern. Und... Gut, dass ihr das nicht gesehen habt. Okay, jetzt, ähm... Okay. Wo ist mein Papier? Ich mach das Papier jetzt rum, weil sonst schmilzt das überall. Das mag ich nicht so. Also an meinen Fingern, wisst ihr? Jetzt müssen wir das irgendwie... Nein, nein, ich muss nicht erinnern, aber hier ist das ganze Schokolade und so ein Kack. Okay. Also jetzt... Das ist jetzt nicht das Erzschneeball! Leute! Okay, ähm... Er will nicht auf. Äh, es geht nicht. Was soll das? Die... Die Ostereier funktionieren immer so. Muss ich das... Nein. Okay. Gehen los. Wir haben hier... Das Ding und... Wir haben es offen. Wir haben es offen, Leute! Wir haben es offen. Okay, jetzt haben wir diese Kappe und dann... Oh! Oh! Scheiße! Mmh! Okay! Das ist die Creme! Mh! 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 Echt lecker! Mh! Ja! Es schmeckt gut! Ähm! Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch die auch mag. Aber... Es ist lecker! Ja! Oh mein Gott! Mh! Ja! Hauptsache, ich filme mich einfach, wie ich was esse. Und ihr müsst leider dabei zugucken. Tut mir leid. Wenn ihr jetzt Hunger habt, Schreibt mir die Kommentare, hungrig! Oder irgendwie... Ja! Schreibt mir die Kommentare, hungrig! Weil, ähm... Ich... Immer wenn ich irgendwie... Jemanden beim Essen zu schaue. Und ich nichts gegessen habe, bin ich von hungrig. Ich glaube, das ist aber jeder, oder? Ja! Mh! Und jetzt? Das sind meine Lieblings-Solies, ne? Die hätte ich immer so als Kind. Und die sind so geil! Die sind voll lecker! Der ist so lecker, Leute! Wirklich, ne? Der ist cool! Mh! Okay! Ihr werdet jetzt wahrscheinlich irgendwie denken, Boah! Macht die! Aber... Wir probieren... Ich bin so eklig! Okay! Wir probieren... Den jetzt mit etwas... Ähm... Was auch immer das ist... Da drauf so... Hm? Schmeckt gut! Ja! Ja, Leute! Jetzt haben wir alles probiert! Und immer... Wenn ich mit diesen... Also... Es ist das erste Mal, dass ich solche Snowballs hatte... Aber immer, wenn ich diese Osterer hatte... Vielleicht macht ihr das auch... Wenn ich es leer gemacht habe, ist es jetzt nicht ganz leer, aber... Ja, so sieht es halt aus... Dann mache ich das immer so in meinem Mund... Und dann esse ich das! Das ist voll lecker! Warte mal! Ich schäle jetzt noch so ein bisschen was da raus... Wenn ich das nicht... Ah, mein Gott! Okay, wir haben jetzt einen Löffel... voll... Jetzt esse ich meinen Schneeball, okay? Seid ihr bereit? Mm! Mm! Mm-hmm! Oh! Das war sehr lecker! Vielleicht esse ich jetzt auch nicht so... Aber wie soll man es sonst essen? Einfach so abbeißen? Nein! Nein! Ne! 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 Dann geh ich einfach mal in den Supermarkt und hol mir irgendwelche Sachen. Ja, wenn ihr davon auch irgendwas willst, schaltet in die Kommentare und kommentiert und hunke ich, wenn ihr es auch nicht habt. Ja, ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Und ich werde jetzt, während ihr im Schnee spielt, meine Sachen essen. Meine Schneebälle und Kugeln und alles. Also viel Spaß euch allen. Ciao! So, after I've done this video in German, just a minute ago, which you might have seen or you might have just flicked through it, I'm gonna be now doing this in English because lots of British people, Japanese people, Chinese, I don't know, whatever you are, you might be watching this and you might be thinking, oh, that looks really delicious and tasty, but I do not know what she is saying. So that's why I'm gonna be doing a little bit now in English to tell you guys who are not from Germany and might never have been there about these products and maybe if you ever go to Germany you can just try them out because they're really delicious. So, let's start with our Knoppers. This is what Germans typically have like at 10.30 in the morning. There's like this ad and it's like always like, oh, it's 10.30, you need to have Knoppers. So, yeah, I've eaten a bit of mine now because it's so good. So, let me just show you what it is. Like what you've just seen. It's like type of like biscuit, I guess. It's got like um, bready biscuit kind of stuff. Then it's got like chocolate nougat-y stuff in the middle and then you've got like milk and then you've got again chocolate. So, it's so delicious. Like, it's great. And what I said in my video earlier on was that Japanese people, cause I know Shizuku you're watching, so KNOPPERS! Japanese people seem to like these cause they're really good and um, cause my best friend's from Japan and I actually want to go there this year. So, I'm finding out about Japan and their culture and stuff. And it actually says they like chocolate with stuff in it and maybe that's why they like Knoppers. I don't know, that's what I'm trying to make sense of. So, um, yeah. If you ever go to Germany, you should definitely try this. It's so good. It's a great snack for in between or really, it's yummy, it's delicious. So, then we were talking about um, these Milka balls. And I think you might have already heard of Milka cause British people seem to all know Milka and it's already featuring here in England. So, you can find in some stores like really cool Milka chocolate but you can't really find these. So, it's just like a normal chocolate ball, which I've already shown. And this time I'm gonna hopefully bite open the right side. I really, I couldn't say. Oh god, I did. So, inside you've got like a filling. You can't really see it that good now. But, half of the ball is like holly, like open. Nothing in, just air. And then the other half is like filled with nougat cream. It's really delicious. Mmm. So yeah, Germans love Milka. And this is like really popular to have Christmas. So, um, and then we come to my lovely snowballs I just ate. Guys, they're delicious. I love them. So, we can just as well have another one cause I love them so much. So, you know. This is absolutely yummy. We have them, I didn't, I think this is like the first year they're doing them at snowballs. Cause I don't recall seeing them ever before, so. But, um, it's like a chocolate ball. I'm just going to like open it up to show you. Not where you would have already seen it, but here. This is like chocolate ball, like formed in a snowflake. And then you just open it up. And then there's this nice lovely cream in it. So like you have to, you get like two of these spoons in your pack. And with the easter eggs it's way easier to open them. Because this is like so hard. I just tried it. And it's really hard. But then you like open it. And then you can eat this piece of chocolate. And then you've got like cream inside. Like milk cream I suppose. And it's really delicious. Like this. And then. Mmm. It's delicious. This is definitely my favourite. It's so good. It's so good. And I always look forward to Easter. When I can eat them. Because they're so good. So if you ever go to Germany. Be sure to check these out. And try them. I guess you can buy them all over the year. Maybe. I don't know. I don't think so. But you can try it. They were good. So. Yeah. That was my candy I got. So. If you're like not German. And you've watched this in English. And it was helpful. And you were like. Oh yeah. I tried that once. Just comment below. Because I would be really interested. And. Yeah. Be sure to subscribe my channel. Because I'm also going to be posting English videos now. So. Not just German. Because I think. Being bilingual. I should just take the chance. And do also English videos. So. Yeah. You can just switch on again. And I'll be doing some stuff in English. Like some funny stuff. And little plays and stuff. So you can just like. Watch me. Or. You know. And. For all Germans out there. I'm going to be doing a British candy challenge. So. Yeah. If you liked it. Just give me a thumbs up. And tell me. Maybe you liked this stuff. Thank you for watching. Bye.